Ja ja, häng du ruhig noch rum. Tool? Wollen wir mal. Empty bottle. The empty bottle and gather some of the dripping liquid in it. Stinky good liquid. Oha, the mark is dyed in deep crimson. A few minutes left until death's closing. The mark scourged me again. Looks like we're out of time. I brace myself and cleanse our world, Mashida. Hm? Mashida, I'm counting on you. Sorry, this is going to hurt. I slapped Mashida's face. That did the trick. Nice hit. That clear your head a little. He's coming. You have to go. We'll do everything we can, but you have to do as I say. Right. You can counter me. I proceed to leap Mashida into the darkness. Drifting on the wind from somewhere, is the meltingly sweet fragrance of honey. New influence added to the spirit. Facing Shimeo. What the fuck? Flicit as in the dark. I'm sharp pain pierced the arm I used to cover my face. I think I got stung by it. Hallo, willst du nichts machen? Swam around Shimio as the draws close, I want to fight being attacked again. Dry through. Sticky liquid? I don't know, bottle of hand. I don't know, handguarding, los. It scatters the stinky liquid. It wasn't effective. Oh fuck. Scratch where the bullet hit us if it spots itch. I'm dreaming it. It doesn't hurt. Oh. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Good luck. Ah. The green fiber. Ah. I am thinking. I am thinking. Oh my god. I am thinking. Tennis Balls, they look like a dense black cloud. Tennis Ball Ein Sticky Liquid? Keine Ahnung, noch ein Kombo? Er muss nah genug sein, er pußt Sticky Liquid Oh, es ist ein Tennis Ball in Storbring The Beast Cloud roughshed the ball again I guess the second ball was effective too Ah, was bist denn du für einer? Warte mal, ich kann mir meine Sachen nochmal anschauen Von Honey geht's Sticky Liquid, drawn by some Honey by entire night It's a whole journey, we're formed in a quiet place And the area past the meeting place, a clue on how to get to paradise And third, wakes them up and hits them We will until they calm down, be careful everyone And they wake up from the zone The paper found a distortion is Drei And then the fun play cat Liquid got on Sticky trees gather over and over Game into our place Giants Alter, ist der hässlich mit einer geschlossenen Gulp-Schlosser 2-0, Z1-1 funktioniert Ich kann nicht meine Familie sehen Ok wir wissen wie wir zu dem hinkommen Der Typ ist voll hässlich 2-0 Baseball Sticky Liquid Tennisball Sticky Liquid So kriegen wir auf jeden Fall die Flieger weg Jetzt zeigt es ein hässliches Gesicht Robot Dried Roof Large Bottle of Night-Night Machen wir das einfach Kann sein dass wir uns selber umbringen Los 2 Drugs over Shino It wasn't 3 4 3 4 Baseball, Sticky Liquid Ok, jetzt ist der hässliche Sack hier Warte, ist doch hier Warte, in Kombination mit einem Sprayer, ne? Ok, warte, warte, warte Hä, den Sprayer haben wir gar nicht, ne? Ja Keine Ahnung, Broken Crowbar Sweet Dreams Scheiß Oh, das kombiniert er gar nicht Dried room Das ist auch gar Kombo Das ist auch gar Kombo Ah, nur mal schauen Es sind zu darkness und vieles zu drawing Ich bin hier Going to the set of my partners Mine Fliegen sie voraus Blablabla Could be next, ne? Days of Swarms And we'll be saved Was ist das? Keine Ahnung, Handcar? Ach komm, scheiß drauf Mein Kampf Mom, warte, wenn der Bad starts up ist Attacking erging Gleich schweres Bulls Ritter, sind die Spots Mensch Ich hab den Dream hier gelassen, oder? Ja, okay. Ich habe gerade ein Video, was ich machen muss. Tennis Ball. Okay, wir müssen auch die Dinger wegbringen. Baseball. Sticky Legit. Dried und... Ne, Good Morning kann bloß nicht. Dried wie? Keine Ahnung. Sprays Good Morning. Rausendeffekte. Ja, war klar, dass es nicht funktioniert. Ja, fett mal schon. Wo geht's? Ja, fett mal schon. Wo geht's? Sticky Liquid. Und Tennis Ball. Boop. Wakes a Human Camp used as a sprayer. Ja, wenn ich den Rude benutze, kann ich Good Morning nicht benutzen. Ja. 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 Ich habe ein paar kleine Papers, die ich sage. Ich denke, das letzte, was ich tun muss, ist das Kombination System. Das müsste doch Dash sein. Ich verstehe das nicht, oder muss ich das vorher machen? Ne, kann ich nicht vorher, weil da nicht Nachwuchs ist. Ich muss noch etwas trinken. Hier, ich kann nur die Sachen benutzen. Warte mal. Ne, geht auch nicht. Baseball, Sticky Rippen. Keine Ahnung, ich hau jetzt einfach voll drauf. Los. Du merkst, da sind sie fast wieder. Okay, jetzt haben wir das auch mal ausprobiert. Also, ich will das nicht. Ich möchte das nicht so kurz auf. Ich habe mein Geist. Ich habe jetzt schon mal die Ange-Basche. Ich habe es nicht so kurz. Ich habe diese Ange-Basche. Ich habe das nicht gewonnen. Ich habe das nicht so kurz. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht so kurz. Ok, also ich träume, dass er nicht verletzt werden kann, das heißt, wir haben ihn bloß noch zur Verfügung. Good morning. Das ist eine Kombi, die geht aber nicht. Das funktioniert ja soweit ich weiß auch nicht. Apply honey and feed dry food? Nee, warte, das hat ja auch nichts gebracht. Gibt es auch den anderen Ort, wo ich den begegnen kann? Wenn ich das schmeiß? Oh. Ah ok. Ja war ein Versuch wert, ich wollte wissen was passiert. Wenn ich jetzt das Sider-Gan mache? Ah ok. Hä? Oh. Das heißt wir können auch dieses Sticky Zeug von den Frauen hier nehmen. Tool. Empty Border. Genau. Kennen wir alle schon, pass schon, pass schon, hau drauf. Ne, das ist wieder dasselbe Scheiß. Ne, das ist wieder dasselbe Scheiß. Ah, warte, ich hab ne Idee. Deswegen, er träumt, dass er nicht verletzt wird. Deswegen mit Spray Morning weck ich ihn dann auf und mit Hit hau ich dann aufs Kopf. Er ist ein dicker Fan-Nicke. Er ist ein dicker Fan-Nicke. Er hat mich auf getrunken. Er ist ein dicker Fan-Nicke. Es ist ein dicker Fan. Oh, ich bin kein Traitor. Ne, ich bin nicht sicher, dass er nicht so gut ist. Er ist nicht eine gute Weppe. Gut, Morgen. Ich habe einen Handgun, Schimmel ist wunderschön. Es ist ein Backward-Money. Ich habe einen Spray von den Hosen in der Body. Ok, er kommt nochmal Ich habe ein Good Morning Mail Weit flutern Warte, 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 jetzt komme ich drauf Jetzt müssen wir die zwei großen Dinger benutzen Aber Shimyo, boah, ok Bevor er kann Scheiße Ich dachte mir denn, das was jetzt aus dem rausläuft, könnte man damit Nein Ah Hä Was hättest du los? Ah verdammt Wollen wir mal ein Bag Empty Bottle, ok Jetzt muss man ja bloß grad auslaufen Äh, nein, müssen wir nicht. Fuck. Aber ich depp, das ist der Hinweis gewesen. Ich träume, dass er eben... Blabla. Aber jetzt habe ich vergessen, was das eine war, ne? Der sagt ja nochmal irgendwas. Tool. Und die Bottle. Baseball, Sticky Liquid. Das Wichtigste ist wirklich halt erstmal besser. Tennisball, Sticky Liquid. Good morning. Okay, Handgun. Kedops opens up on his guine body and the pittersman is smelling with the pure soul. I, I am not a traitor. I'm 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 not a traitor. Handgun. Shimmyu writhes in pain, his body jiggling. No, I don't wanna wake up. The pain has a bullet's hit, but it doesn't seem to be enough to beat him. Jetzt ist die Zeit, um ihn zu Ende zu haben. Ah, er hat's er. Für zwei Minuten ist es überhin. Als sie zusammen zusammen beginnt sie zu bubble, reagieren mit einem anderen. Shimeo looks up, mit dem Poison is furious, als sie zu gasp for briefen. Aber es ist unabend zu escape, und die Forresten schlafen sie, als sie zerstört. At last, das huge body crumpte zu der ground, und das Bewegung tees. Das honeycovered Drill rattles, als es rollen across die ground. Ichсон senza Schimeo noch. Hmm. Tut lang genug. Maschid ist zurückgegangen. InKEhebe ist Herr langs. Minus. ... ... ... ... Schimio warst nicht derjenige mich. Aber ich kann sagen, wenn Mark Beerus konfrontiert die Spirits, die sie haben. Sie haben extreme memory loss. Das ist warum Maschita war strangend. Ich selbst nicht hatte Probleme, so Schimio warst nicht der richtige Spirits. Es liegt auf dem Weg. Es ist eine kleine Notebook. Die Koffer ist weg, die Licht der Flaschläge macht es glücklich. Ja, das könnte es Honey. Das gehört zu Schimio. Wo ist sie? Okay, ich fühle mich wirklich nicht so gut. Miragaya ist etwas auf dem Boden. Es scheint, Maschita hat absolut keine Intentionen zu holen. Ich gebe auf und dann bin ich auf dem Grabbit. Flippen durch die Pages, es ist eine Diary. Es gibt es für, wenn wir zurückkommen. Wir müssen hier raus. Ja, ihr seid. Ich will nicht zurück. Ich will zu dem scheiß Tor. Ich will nicht auf dem Boden. Ich will nicht auf dem Boden. If I could, just get the light back on. If we just had it back, it feels so much better. I hear the switch repeatedly, silent to pray. The light isn't coming back on. Oh, pain. My mark is throbbing. Damn, that noise. Hey, Hirogaia, get the damned light back on already. The mark is there in pain, but I struggle to keep hitting the play-flight switch. That's loose. What happened? Did I faint? My head's foggy. The light suddenly comes back on. What? Where's Mashita? Hey, Mashita! I hear a ragged breezing like sight of a beast from a bushy close by. I further get toward it, but my legs won't corroborate. I'm frozen in place. It's the sound of a human being destroyed. I meant to love him, bring him with joy. A man's death cry. Move legs. I force him into motion. I head into the direction of the voice. Oh, fuck. There I find. No one. But between the broken branches beneath the trees and the disturbed dirt, someone had definitely been here. After that, I search the forest under the sky begins to brighten, but I don't find Mashika. Exauceter drag my body to the car and corpse from helplessness. So we'll ride back to Kuzu Mansion. My ears ring with a horrible buzzing of bees. And so is this convenient. Okay. Kind of thunder. Good toALS. Thank you for your soul. Ciao. tama'- excited.